Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von Sarah. Wir gehen jetzt Pizza essen mit einem Freund von ihr. Mein Lieber grüßt Herrn Stefan. Keine Ahnung, hoffentlich ist heute besseres Wetter, dass wir heute mal endlich Bilder machen können. Und vielleicht auch an den See können. Das wäre auf jeden Fall mega nice, weil bis jetzt sieht es noch ganz okay aus. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal los. So Leute, Outfit of the Day. Hey, ich so richtig im Chiller-Look und Jorena so richtig auf schick erstmal. Alter, du so ja, ziehen Rock an, ziehen Rock an. Ja, ich fühle mich eigentlich gerade eher wie so ein Asi. Aber ey, hast du schon Bock auf Pizza? Ja. Ich auch, ich habe so Hunger. Let's go! Ach stimmt, und der typische Kass am Sarah Selfie-Spiegel, der gefühlt schon von jedem benutzt wird. Ey, yo, my best friend's house check. Can't stop. Wir liegen gerade im Bett, weil wir nicht wissen, was wir machen sollen. Leute, was macht ihr bei so einem Wetter, wenn ihr Besuch habt? Ich war so scheiße, wir können einfach nichts machen. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Sowieso ist es bei mir irgendwie so, dass meine Laune so komplett vom Wetter abhängig ist. So, wenn ein richtig geiles Wetter ist, habe ich so richtig Bock, nach draußen zu gehen, irgendwas geiles zu unternehmen. Wir können halt absolut nichts machen. Jetzt haben wir gerade ein Video von Monte und gleich gucken wir Wings Club weiter. Leute, wer war eure Lieblingsfee? Oh, ich komme mal ran hier. So, kurzes Update. Jurena und ich haben es gerade endlich mal geschafft, zusammen Bilder zu machen. Vielleicht kann ich ja ein paar hier einblenden. Jetzt werden wir erstmal hin und bearbeiten die, weil, keine Ahnung, vielleicht gehen wir vielleicht noch an den See. Machen da vielleicht noch Bilder, wenn wir Lust haben. Und ja, mal schauen. So, wir sind jetzt gerade am See und es ist gerade geschüttelt wie sonst was. Und wir machen gerade Bilder. Und irgendwie klappt das nicht so gut, wie wir uns das erhoffen. Erstmal, ich weiß, das Wetter dauernd nicht mitspielen. Und die Lichtschaltnisse so schlecht sind. Und ja, keine Ahnung. So, Leute, jetzt wird erstmal gegrüßt. Lecker. Schuh-Style. Wie wir wissen, ist Sarah Klobe Elite in CSGO. Man kann das Ding gar nicht halten, das ist richtig höher. Mal sehen, wie sie es in den Relook macht. Kann ich mich jetzt am besten hinhocken. Ich hasse schon so ein Auge zu behalten. Oh, okay. Okay. Was? Du hast getroffen, sie hat getroffen. Oh, okay, ich dachte, das wäre knapp. Oh, Mann. Du gehst hier an deinem Züttelblatt an und jetzt kommst du unten. Dann schickst du den nach hinten. Ja. Dann komm mal nach unten. So? Dann musst du noch nachladen. Wie gesagt, nach jedem Fuß einmal. Dann kommst du hoch. Hoch und dann packst du mit nach hinten hin. Hoch und ein, und runter. Hä? Das ist voll schwer. Juri, na, gibt es noch was? Hast du das Ding überhaupt richtig nachgeladen? Sehr gut, gagst du. So Leute, wie ihr gerade gesehen habt, wir sind gerade an so einem richtig nice spot, hier kann man so schöne Bilder machen, das sieht so geil aus mit den Wolken, die sich einfach so spiegeln. Ich hatte nicht gedacht, dass wir heute noch so eine krasse Sonne bekommen, aber ja, sieht auf jeden Fall nice aus. Leute, wir sind mitten im Stream, auf extra cringe angelehnt. Piercings an einem Jungen finde ich auch nice. Nee, ich finde, was für Piercings denn? Intim Piercings. Alles klar. So, Jorena ist jetzt auf Klo, wir haben gerade noch Wings Club geguckt und jetzt streamen wir noch kurz, es ist auch schon gleich halb zwölf. Aber es wird auch nichts mehr Besonderes passieren, deswegen wende ich jetzt den Stream. Also Dankeschön, das Video. Dankeschön fürs Zuschauen, lasst ein Like da und dann bis morgen. Ciao. 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 Ciao.